weil unter der erde kriegen wir wahrscheinlich einfach nicht viele ja ich bin nur die stimme aus dem rauch wir haben hier ab durch einer dass wir doch schneiden wollten und ja jetzt ist es gleich soweit ich warte eigentlich nur dass das film kommt nicht immer noch mal schon gestattet weil es nicht mehr gehen müssen wir dann nicht nur noch mal und was war das das sind schon mal auf und glaubt ein naja von nachher ein bisschen und ich warte dass bei mir sich was tut und warte er soll kommen alter nein bitte nein halt's mal matthias ich wäre unter meiner würde das ist aus von der Nürnberg das ist für oder dann ist es nicht mehr ich hab kann Mensch hat auch endlich in den Jahr wenn sie nicht bald kommt Kastrieren mit den Kündigungen der Schere auf den eigenen Händen mit der Schere es gibt es hier wenn ich meinen Spruch die Scherensprung nicht naja also gemacht beide dann schärfst klar wenn das Ding ist Prozent sieht sehr nett aus ich wünschte es dann aber nicht auch nur so die 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 ganze Zeit Ua Nein bitte bloß nicht Heiliger Makroni ist es Halt er soll scheuen Da vorne ist ein Spawn, okay, perfekt. Oh, ein Appel. Einfach. Ich muss auch mit Püssen. Das sind zu viel getrunken. Auch nicht vielleicht. So währenddessen erschätigt, ich muss aufs Klo, ich kann nicht ab. Das ist, das ist ein bisschen. Ich habe gerade Kopfkino. Das will ich hoffen. Ich warte seit zweieinhalb verfickten Tagen darauf, dass er endlich auf dem Serverdorgen jetzt soll er kommen. Nein. 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 Pissen. Oh ja, ruft die. Ich habe einen Fall, ich bin so Pissen, auf einmal kommt er so auf dem Serverdorgen. Oh Gott. Ich würde mich umbringen gehen, ganz ehrlich. Vertiker, anal. Was? Das mich schon verstanden. Nein. Ich hoffe es nicht. Jetzt ausgelegt, das muss ich noch sehen. Das Leben ist lebenswert. losesimo. Jiallen. Kein Nee denn? Oh, wie nett dort hat er mit Fing, jetzt komm! Nein! Jetzt ist er auf Kabel gegangen! Hast'n Hunden! Jaaaa! Der Mutter! Was? Ich war seit anderthalbverfickten Tagen darauf, dass er auf den Scherz Scherber schreint und jetzt soll er endlich kommen! Warum ist da ein Hündchen auf meinem Zug? Warum ist da kein Hündchen auf meinem Zug? Das sind Fragen, die ich mich täglich stelle. Oh, die zockt! Dann kann man ja einen Gruff mehr! Ich will ja verarschen! Dann hält's nicht mehr komplett, ich geh rollen! Ganz ehrlich! Ich versteh' dich nicht, die Locke ist zu laut! Halt's mal! Wenn du das fahrt, dann zockt dich bin ich um! Ganz ehrlich, ich versteh' dich nicht! Was zum... Wer noch ist, hat gar Minecraft gespielt, ich bin schon auf dem Server! Ja? Ich komm! Bin hingelaufen! Hm? Ich bin hingelaufen, also... Ich bin hingelaufen, also... Ich hab' mich nicht umbenannt, seht ihr? Jetzt für F-Unterstrich! Ich hab' mich nicht umbenannt, das... Muss Minecraft-Bugs sein! Klar! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Aber er ist doch gar nicht drauf! Ich bin... Nee, das weiß ich, aber er hat keinen Minecraft gespielt! Ich hab' gehofft, er kommt! Ja, wir müssen sowieso dahin laufen! Ich bin schon da, ich warte! Ich bin schon da, ich warte! Ey, der soll jetzt verdammt nochmal sein! Ey, der soll jetzt verdammt nochmal sein! Ich hab' Leder! Eins! Ja, aber der ist doch auch noch! Da ist doch noch Zuckerrohr, ne? Und drei, ja! Kann wahr sein, dass wir seit drei Tagen auf den warten, oder? Einfach nicht! Finn hat die... Finn... Finn hat die ganze Zeit zu mir halt... Oh, oh, oh! Bär! Na, Finn hat zu mir die ganze Zeit... Oh! Weihnachtspiel... 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 Ja! Obwohl ich schon, ja! Ich hab' noch 30 Minuten! Äh... Da sind wir schon so, dass wir auch nicht sind, aber auch in Höhe! Bin schon fast da! Ich bin da! Wie viel hast du noch? 10 Minuten? Ich hab' noch 8 Minuten, 39! Oh! Naja, dann ist ja gut, eigentlich! Dann sind... Ich hab' mal müssen essen! Ja! Und Zuckerrohr! 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 Ah, da hast ich Zuckerrohr gewachsen worden! Mach mal Buch! Mach's Buch! Mach das Buch! Ich hab' mal ein Buch gekrözt! Mach' mal ein Buch! Außerdem wird er doch sehen, dass ihr da seid. Ja, er wird schon noch... Ich glaub das weiß er, er spielt seit zwei Tagen wie er Minecraft ist. Ich hab grad fast nen Kick geschluckt, Alter. Ii, das nen Bilden. Ich schmeiß dir mal was rein hier. Okay. Äh, hast du noch mehr Öfen? Ja. Dann place die mal, dann verbrennen wir einfach... Ja, dann verbrennen wir mal ein paar Kalorien hier. Genau. Oh, gestern so ne, ich wollte endlich mal Kalorien verbrennen, aber hab halt keine Dicken, die sich... Ja. Nimm mal hier, ich mach das, dass du keine Kalorien verbrennst. Nimm mal hier, ich mach das, dass du keine Kalorien verbrennst. Nimm mal hier, ich mach das, dass du jetzt auf ne Bohnenstange. Ich hör dich nicht. Das will ich hoffen. Ich hab ja noch mehr Opfer, also wenn du einen haben willst. Ich? Ne, ich hab nur drei Gold, hast du noch Gold? Nein. Aber hier, nur noch einen Opfer, du hast glaub ich noch einen. Bist du ernsthaft'n Crap-Schwert verzaubert? Ha! Woh ich kann... Woh ich kann... Komm online? Er kommt nicht online, wenn du schon drauf sagen hättest... Aber wem so uns das wird... wo er sich einloggen muss oder zwei von sonst soviel slots belegt das ist taktisch nicht gut gemacht von euch ich hätte mehr mehr von euch anboss hast du den auch ja ja ich mache mir gleich mal schab 2 ich auch so hat schab 2 ich nicht ist kann nicht auf dings entscheiden gleichmals sagen ich habe ihn das doch mal nein ich habe ihn schon lange jetzt jetzt weiß es ja erst recht also mehrmals über die tage verteilt immer so ich weiß erst mal nur crap rein was braucht man noch mal hast du flinch 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 ich verstehe ich nicht das ist ein team kill nein ich will damit die meisten kills am händersport sein so was wie teams gibt es hier nicht jeder kämpfe sich allein deine mutter ist ein team da stimmt lieber nicht deine putten deine mutter passt bei sie weg ist nur allein in ich stehe die mutter ist so fett macht ihr machtshältlich im panorama modus hihihi was so das hätte ich selber hihihi hihihi der war gut oder nein ja er war wirklich gut 1 1 also ich fand ihn gut ich muss pissen ja mach doch nicht meine mutter ist so hässlich dass donald trump eine mauer umsiedelt der war improvisiert ja so macht man feine ihr jetzt habe ich wieder 23 20 Peile Moritz aus dem Buch gerade in der Auffassung aber eben die Klinik der Fünftige Plinthin den Klinthin 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 das als gut das so um das ist so die Lohen da war da war da war gewollt es jetzt aber nicht war Partner sie geht in einem nur durch die Tüte durchfängst jetzt nicht erst an Ok das ist erwähnt das ist aber mein Leben nicht hier ich kann ihn drauf rumlaufen so wie er nein er soll nicht er hat das auf den Zeitraum ist wir haben ich habe sie mir er ist ihm für sich es sind und fühlt sich doch sieht man ja die gehörte nur 47 schminkt dann noch mal zumal wenn man zuckungen im bein hat was zumal wenn man so zu können ich manchmal wenn ich oft sicher zu kommen ab wenn ich nicht so liege aber wir müssen die und auf klüschende schwingen die immer so da ist es ein bremstest ja da heils maul warum soll ich einen dreißig teile weiß doch gar nicht was ich hier guck hier haben wir 25 ich bin kein schnitt während unseres jahrtisch stp die das war die erste nein nein danke kann man was trainieren aber da tue ich gleich hier dings da rein ich hab schon mal gedroppt aber irgendwie hatte ich es noch ich glaube dass er bei hier rei die macht man noch mal spinnen wie ich bin ich rede nicht ich dachte mal die konnte man kräften kann man konnte man nicht nicht schaden noch ein paar bäume fällen einfach ja den ich jetzt aber da ist wenn auch wirklich kunden wir haben es in dem moment nicht so findet es in dem moment nicht gecheckt aber ich würde nur sagen dass er da wirklich ist und ja dann würde ich sagen rein und geht es geht weiter ich gehe kurz rüber guck da mal rein da könnte man auch drin sein so wie könnte sein dass wir uns gehört haben und er da drin ist nein also noch finden wir mal an ihrer teilseite auch das sieht man das ist ein leckerer schau bis wir mal noch tschau bis